Ein Hund hat im Süden Chinas das abgestellte Auto seines Besitzers in Bewegung gesetzt. Der kleine Corgi sprang auf den Fahrersitz und schubste dabei den Gang raus. Weil die Handbremse nicht angezogen war, rollte der Wagen auf einer belebten Straße los. Ein Passant schaltete jedoch blitzschnell und stoppte das Auto nach wenigen Metern.